Oh, Potty, wenn du nur zu mir zurückkämst, würde ich dich nie mehr anschreien. Das ist ein Piratenversprechen. Au, Petschi! Potty, warum machst du so einen Unsinn? Hey! Ein super-duper-Pinsel mit Steuerbordzubehör. Es gibt ihn wirklich. Wer hätte das gedacht? Ah, das ist der perfekte Pinsel, um das perfekte Bild meines perfekten Helden zu malen. SpongeBob Schwammkopf. Ja, Petschi, der Pirat, wird der Welt beweisen, dass er ein wahrer Künstler ist. Es gibt nur ein Problem. Ich kann nicht malen. Au, das steht fest! Niemand hat dich gefragt, Potty. Niemand, verschwinde von hier, du dummer Vogel. Ich kann nicht in die Achne Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020